Unser Bayern ist ein sicheres Land und es soll es auch bleiben. Aber ich sage euch eins, unsere Freiheitsrechte sind dafür kein Hindernis, sondern sie sind dafür die Grundlage und sie stärken unsere Demokratie. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, wie es jetzt von der CSU durch das Parlament gepeitscht wurde, verstößt gegen diesen Grundsatz und macht der Bayern nicht sicherer, sondern begegnet den Menschen in unserem Land mit zutiefstem Misstrauen. Und daher wollen wir dieses Polizeiaufgabengesetz aufheben und ein völlig neues, modernes, korrektes, vertrauensvolles Polizeigesetz entwickeln. Dieses neue Gesetz muss den Polizistinnen dienen und den Menschen ihre Freiheit garantieren. Und dann eines ist unbestreitert. Demokratie lebt von Freiheit und Freiheit kennt keine Grenzen. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus